Heute sprechen wir über eine der epischen Rivalitäten in der Motorsport-Geschichte. Ayrton Senna gegen Alain Prost. Ihre Fäde definiert eine ganze Ära in der Formel 1 und alles begann im Jahr 1988. Wie konnten zwei Teamkollegen so erbitterte Gegner werden? Das finden wir alles in diesem Video raus und ich würde sagen, lass uns loslegen. 1988 war ein Schlüsseljahr für die Formel 1. McLaren stellte wohl das wahrscheinlich stärkste Fahrradwo aller Zeiten aus. Denn der zweifache Weltmeister Alain Prost und den aufstrebenden Star Ayrton Senna. McLaren dominierte die Saison mit dem revolutionären MP4-4, einem der erfolgreichsten Autos in der Geschichte des Motorsports. Doch mit zwei Alphatieren im Team, da war Konflikt wirklich vorprogrammiert. Alain Prost, auch der Professor, war bekannt für seine kühle Berechnung und für seine taktische Finesse. Alain Senna hingegen war ein leidenschaftlicher Kämpfer, der wirklich jede Kurve als seine letzte an sah. Diese unterschiedlichen Philosophien machten ihre Rivalität wirklich sehr, sehr spannend. Doch zunächst war es eine Rivalität auf Augenhöhe. Beide hatten wirklich sehr, sehr viel Respekt vor. In der Saison 1988 lieferten sich Senna und Prost ein intensives Duell. McLaren gewann wirklich 15 von 16 Saisonrennen. Eines konnte Ferrari gewinnen, wenigstens etwas. Aber es war eine beispiellose Dominanz. Doch der Kampf zwischen den beiden Teamkollegen wurde härter. Je näher das Saisonende dann rückte. Ein entscheidender Moment im Jahr 1988 kam ein großer Preis von Portugal. Alain Prost führt das Rennen an, doch Senna versuchte ihn auf der Zielgeraden mit einem riskanten Überholmanöver, ja, überholen. Alain Prost, der normalerweise nicht für aggressive Fahrweise bekannt war, der wehrte sich. Und die beiden kamen sich wirklich sehr, sehr gefährlich nahe. Diese Szene markierte den Beginn des offenen Konflikts zwischen den beiden großen Stars. Alain Prost gewann schließlich die Meisterschaft 1988, indem er acht Rennen gewann, eines mehr als Alain Prost. Entscheidend war das Punktesystem in diesem Jahr, bei dem nur die besten elf Ergebnisse zählten. Während Prost insgesamt mehr Punkte in der Saison eigentlich holte, zählte Senna's Anzahl der Siege tatsächlich mehr. Ja, und dadurch gewann er dann halt auch die Weltmeisterschaft 1988. Prost fühlte sich betrogen, was zu Spannungen innerhalb des Teams geführt hat. Nach der intensiven Saison 1988 spitzte sich die Rivalität 1989 wirklich weiter zu. Prost fühlte sich von McLaren benachteiligt und war überzeugt davon, dass das Team Senna bevorzugte. Und tatsächlich auch das Auto eher in die Richtung von Ayran Senna's Fahrstil dann gebaut hatte. Dies führte dann tatsächlich zu noch mehr Misstrauen von Alain Prost gegenüber seinem Team. Und tatsächlich auch zu einer wirklich offenen Feindschaft. Der Konflikt erreichte wirklich seinen Höhepunkt beim großen Preis von Japan im Jahr 1989. Beide Fahrer hatten noch realistische Chancen auf den Titel, doch Alain Prost wusste, dass er Senna irgendwie aushalten musste, um zu gewinnen. Beide waren wirklich sehr, sehr nah beieinander und Senna schien wirklich deutlich schneller zu sein. Ja, und dann kam es halt zu einem gewissen Vorfall. In einer wirklich berüchtigten Szene kollidierten die beide in der vorletzten Kurve. Prost schrieg aus, während Ayran Senna weiter fuhr und das Rennen am Ende sogar noch gewann. Ja, nur er wurde später dann tatsächlich disqualifiziert, weil er wohl abgekürzt haben soll. Also er soll die Strecke nicht normal gefahren worden sein, sondern er hat geradeaus weitergefahren, um halt weiterzufahren. Ja, dafür wurde er dann tatsächlich disqualifiziert. Alain Prost konnte dann den Titel holen, aber mittlerweile war es keine Feindschaft mehr oder eine irgendwie Rivalität. Nein, es war so weit, dass es halt wirklich schon richtig giftig wurde. Springen wir mal ein Jahr weiter und zwar ins Jahr 1990. Mittlerweile ist Alain Prost zu Ferrari gegangen. Also jetzt ging die Rivalität nicht mehr teamintern, sondern halt auch, dass beide anderen Teams waren. Beziehungsweise Alain Senna war noch bei McLaren, nur Alain Prost hat das Team dann verlassen. Es kam wieder zum Showdown und zwar wieder in Japan zwischen den beiden Titanen. Diesmal war es Senna, der die Initiative tatsächlich im Jahr 1990 ergriff. In der ersten Kurve des Rennens, also nach dem Start quasi, rannte er Prost irgendwie fast absichtlich weg. Irgendwie könnte man so meinen, also Senna hat versucht in der ersten Kurve tatsächlich irgendwie reinzustechen, wo es eigentlich fast unmöglich war und dadurch kollidierten die beiden. Warum tat Senna das oder warum ging er so viel Risiko dann auch irgendwo ein und hat das auch gerne in Kauf genommen? Weil Alain Senna 1990 in einer besseren Situation war als Prost. Also quasi die umgekehrten Rollen aus dem Jahr 1989. Alain Senna konnte sich 1990 dann auch die Weltmeisterschaft sichern, aber dieser Vorfall in Japan hat tatsächlich noch so einen kleinen Beigeschmack. Es sollte dann auch eines der Endpunkte ihrer Rivalität dann werden. Die Rivalität zwischen Senna und Prost brägte die Formel 1 für viele Jahre. Doch trotz all der Härte und des Dramas entwickelten die beiden am Ende Respekt füreinander. Senna bekannte in seinen letzten Formel 1 Jahren auch, dass Prost der härteste Gegner war, den er jemals hatte. Nach Sennas tragischen Unfalltod im Jahr 1994 zeigte Prost sich tief betroffen und würdigte seinen alten Rival. Die Rivalität zwischen Alain Senna und Alain Prost bleibt eine der dramatischsten und faszinierendsten Geschichten der Formel 1. Die sich gegenseitig zu Höchstleistungen antrieben und dabei einige Sch...